Das ist die Lotte. Die Lotte sucht auch noch ein zu Hause. So eine süße Maus. Kann die Lotte auch? Muss ich mal hinstellen. Mein Gott, Lotte, müssen dich ja gleich einpacken. So ein süßer Schatz, die Lotte. Gehst du auch wieder zu deinen Geschwistern? Oh, tust du auch nicht schnufen, Lotte. Die, glaube ich, legt sich zu ihren Geschwistern. Das verstehe ich, Lotte, dass du dich da hinlegst. Das ist sehr, sehr kuschelig. Aber es ist auch ein bisschen frisch. Ich glaube, deswegen geht die Lotte rüber rein. Kleine Lotte sucht einen zu Hause.